Hallo Leute, wir spielen hier Before the Dawn Redux. Und alle waren... Ja, das hast du irgendwie... Meine Maus bewirkt sich irgendwie behindert. Mann, warum dauert diese scheiß Intro so lange? Ich muss noch auf Play drücken. Ich hab auf Play gedrückt, alles ist dunkel. Bei mir passt ich nix. Für mich ist alles dunkel. Jetzt sieht man nur noch meine Maus, die sich nicht mehr bewegen kann. Before the Dawn. Mir schnort ne Knorm. Mh... Alter, da bin ja ich! Hallo! Hallo! Mh... Hallo ich! Wie geht's mir? Alter, oh tef... Warum schaut ihr die Lappen eigentlich zu, Leute? Hey! Ich bin da... Ich bin mittlerweile ein MVP. Hilfe! Ich hab meine Beine verloren, ich liege auf dem Boden. Hilfe! Ich hab meine Beine verloren. Es ist ohne Witz, komm her! Oh, fahre! Wo bin ich denn? Äh, wie kommt man noch mal in den Shop? Hä? WTF? Open Inventory. Da sitzt ein Skelett. Achja, stimmt, ja. So gehen dort. Moinsen, wenn her! Nee, geh mich nicht aufs See. Wollen wir ein Eis essen gehen oder so? Nee. Jetzt geh ich mal kurz um mein Inventory. Hab ich Lootboxen? Ja, hab ich. Hab ich welche? Ich hab keine. The Nightmare Skin von Nightfall. Och! Und ein... Doctor Skin. Cheesh! 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 Inventory! Biete! Ich bin das ausrüsten! Man kann sich einfach ein Feuer, wenn man kaufen, als Held. Ja, krass, ne? Krass, krass, krass. Library. Was können diese Helden? Ich weiß nur, was der Polizeiofficer kann. Nightfall. Ich glaub ich von Nightfall. Tech Speed 0,5. Damage von 20. Crit Chance. Ich könnte mir auch einen bösen Typ kaufen. Borg Speed 17. Den hab ich schon. Jack? Der von irgendeinem noch einen Scheme. In der Hand. Ich hab für Darth Vader, Alter. Ich hab mir Darth Vader gekauft. Echt nicht! Wo ist er denn? Hier. Ach verdammt. Boah! 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 Ja, da! Nee! Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo ist ein Fuchs? Hier, Lobby! Ja, Lobby! Ja, Lobby! Ja, ich bin der... Alter! Ich seh' Augen! Ich seh' Augen! Ich seh' ich sitz' ich kann mich nicht bewegen! Ich flieg' in der Luft! Da, ich seh' dich! Hoi! Mach's Spaß? Oh, ich bin normaler Typ! Defeat the Slasher? Defeat the Slasher? Was? Wie geht das? Ja! Wir müssen ihn besiegen! Ja und wie? Weil sie doch nicht! Indem wir entkommen! Also besiegen wir den sowieso! Ja! Normalerweise stehen dann drunter Repaired Generators oder sowas! Aber diesmal müssen wir die scheiß Slasher besiegen! Aber how? How is this possible? How is this possible? Wie am Schild? Alter! Warum hab' ich ein Schild? Was hab' ich? Ich hab' ne Kamera, ich kann nicht blenden! Ach so, wir sollen bis 3 Uhr überleben und dann Defeat the Slasher! Objects! Ich seh' nix! Wo bist du? Ich bin... Ich bin auch alles schwarz-weiß! Ja! Warte, ich kann furzen! Wenn ich Sound an hätte! Ja, ich auch! Ich hab' Sound an! Ich auch, aber noch eins! Übers leise! Ich hab's auch noch auf eins an! Ich komm' zu dir mal! Das war ich! Hi! Ich hab'n Foto! Ich mach'n Foto von ihm und du verprügelst ihn mit deinem Schild! Oh! 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 Achso, mit F! Achso, mit F! Kann ich das Schild anmachen! Warte! Wie bist du losgegangen? Ich wisse gar nicht! Ich bin hier, direkt hinter dir! Wieso wirklich? Achso, das ist halt eine Leiter! Red! Treppe! Wo bist du hin? Weg! Nein! Doch! Mach' einfach mal meine Schlampe aus! Oh mein Gott! Es versteckt Eva! Warum? Weil mich hier der Typ nicht finden kann! Wichtig! Wichtig aber, oder? Kann ich dich finden? Hä? Oh, hier hat jemand mit seiner Schraubwende ihm ins Gesicht geschossen! Ja, krass! Ey! Was denn? Was denn? Und ich muss das Spiel noch lauter machen! Wie leitet es ist? Irgendwie so Soundeinbrüche! Wo bist du überhaupt? Äh, ich bin hinter Kisten! Hinter Kisten! Machen wir mal ein Geräusch, wenn du es kannst! Ja, ne Sekunden! Ich hab grad mega die Soundeinbrüche! Das liegt, glaub ich nicht! Ich hab die, glaub ich auch! Ich bin grad so in so einem Raum, wo ganz viele Kisten sind, aber da wirst du glaub ich nicht! Ich komm hier nicht mehr raus, scheiße! Äh, wie willst du denn einen Slasher besiegen am Ende? Vor allem, ich hab den nicht einmal gesehen bisher! Oh, da ist der Vader! Hi! Ja, die ist der Schlasher! Ich weiß! Ja krass, ne? Ich glaub einfach hinter dem Herr! Soll ich ein Foto von dem machen? Okay! Ich bin hier hinten echt gefangen! Oh, verdammt! Aber er sieht mich nicht! Oh, wir haben ein heiliges Kreuz! Aber warum ist er schwarz-weich? Ja, weil wir ein heiliges Kreuz haben! Da unten ist er! Ja, was war da denn? Ja, ich bin frei! Ich glaub ihm hinterher! Yeah! Ich hab'n Schlösser gestand! Sag mal, dabei würde man vor dem wegrennen! Ich gucke ihn aus! Aua! Alter! Nein! Ich kann ihm nicht mal hinterher rennen! Einfach hinterher! Okay! Rettet mich einer? Ne, können wir nicht! Ich kann mein Ding nicht mehr aktivieren! Geht das? Ho! Dich! Hallo! Ich lebe wieder! Du wieder tot! Ich bin wieder tot! Vor allem dafür dass er kämmt, wird er einfach verreckt und dadurch! Weil er halt alle außen rum stattfinden müssen ihm aussaugen! jetzt 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 andy wie mache ich das y darfst du nicht dabei laufen aber der typ ist da ich habe erfahrung für überleben bekommen ich bin dran am verrecken los den bringt jetzt noch um bevor ich sterbe verdammt oh god nein man schließt sich was schließt sich nee hä lol der kreis noch lol die schlauch alle da wir sind vom level her die niedrigsten aber jetzt nicht mehr hi bist du das was ob ich zu den kleinen französer sojo ich will den kaufen wie du willst die katze kaufen ich will die neid voll haben mb support hat am meisten geheilt ja der hat am meisten schaden gemacht ja kein wunder der typ ist auch immer die ganze sind hergerannt und ich habe den typen den den bösewicht erst gesehen als wir ihn besiegen mussten er war die tute flach ich ehemal ich gehe meins also ich habe ruckler ruckler des todes ich habe ein besseres zimmer komm mal rein nein siehst du mich nein ich bin mein winter ich bin mal kurz raus du warst erst draußen zu dem gehplatz ich bin so ein stalker ruckler ich habe doch ich habe doch mehr helden guck mal guck mal nein also das war ein hero grimm riefer was wenn du es ausgerüstet hast guck mal kurz raus und dann gucken noch mal guck mal aus der tür raus r nicht helfen ich bin es dort ich könnte ich hätte ich gern abschlecken r in der Welt auch r er hat ja verhängt sich an den Dingen umhören warte 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 oh nein stromausfall strom ausfall ich habe mich und ich habe mich gewartet ich auch nicht wo kann man nicht noch mal wo nachher genau die fenstern werden können aber ich bin auf der besten liste was wusste die ist gerade aus so fernseher was für dieser da hallo ich bin ein zauberer ich bin kletterer ohne mich zu bewegen ich bin zu weinen repariert die generatoren ja mann bin ich müde schlaf halt wirklich gern aber tschuldigung das nächste mal nehmen wir nicht dran um 3 uhr nachts auf ich habe medikator alle durch die medie pack so du bist du das habe ich ich habe ich habe nachts sicht ich habe nacht auch meine augen ich habe auch meine augen das gehört ich vermissen zwei generatoren aber du bist ja weggelaufen bei mir sind drei generatoren kann ich nur einer reparieren ja wir haben hier so einen schwarzen ninja ich weiß nicht wie es geht hilfe ich bin glaubt hilfe ich liege auf dem boden warum ich brauche heilung einfach auf dem boden nein du musst deine hf drücken wo bist du ich sehe nichts mehr ich weiß nicht wo ich bin aber ich werde geheilt ja von mir oh gott oh man nicht schon wieder verstehe ich wie trifft er mich keine ahnung jetzt wenn ich auf dem boden liegen muss das machen ja einfach einfach stehen bleiben ich bin fallen and i cant get up hehehe i'm fallen and i cant get up wow hilfe vor allem wir haben den besten helden dabei da so hat sich immer verkrümelt als der typ kam ich schlafe weiter ich bin mb was du bist motherfucker da müsste der name stehen ich weiß nicht was da für ein name stand du bist ein held ein freundlich ist in der runde drin von dem typ habe ich schon mal ein video gesehen wie ja ich hab schon mal in dem video von diesem black nur 702 gesehen der auch also ich glaube die nehmen gerade auf aber wenn du meinst egal ich bin kein fan von den beiden die fiete slasher oder complete ich komme und über den slasher die fieten ich mach ein bisschen wenn sie die kopf ist wieder da war muss ich unbedingt hochkommen ich verstecken ok lass mich in ruhe ja ja leck dich doch am arsch ja ok ne mach ich nicht oh ich falle ah siehst du mich ja aber ich will es nicht ich ja guck halt mal ne ich hab schon gesehen dancing floor dancing floor ey das war so von mir ich weiß was 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 ich ich angst im dunkeln ich kann mich nicht mehr bewegen nein steck fest ja cool für dich ja cool für dich ich schritte gerade oh ich hab's geschafft jetzt falle ich schon wieder das ist das erste mal dass ich diese map als survivor spiele sonst bin ich immer killer gewesen ah nice die aufnahme bringt mir pech warum ja weil ich killer lieber spielen will ah ja ich hab ich hab ein first ace kid und du hast ein radar dann bringen ja das müssen wir machen wir müssen erst noch die schlüssel finden oh er hat sofort hier ist ein lava jumpen ran muss man das machen keine ahnung wir müssen los da ist ein typ schon verrückter der will uns umbringen ja cool mir egal ich glaub ich hab den altar gefunden ja oh gott blood moon ich finde das scheiß zeug nicht oh hier ist ne kiste ja wir haben es ja noch nicht mal ei Hilfe ei ich ne dich alter ich heil mich gerade hier ist feu feu er ist 176 meter von mir weg ach so das siehst du ja stimmt oh oh er kommt näher oh ich renne grad vor ihm weg naja ich nicht ich musste mich grad selber heilen da da haben wir bisher schon irgendeine Sache gefunden ja wir haben drei Schüsse alle und schon zwei Stunden sind um ich bin einfach kein ich finde nur immer die Kisten wo die Schlüssel reingehören was hast du schon was gefunden ich habe einen Schüssel fuck einen Schüssel gefunden aber der wurden mir vor der Nase weg geschnappt krass ich bin eine Maschine ich habe bisher nicht immer eine Sache gefunden und außerdem ruckele ich mich hier durch die Gegend voll aber wer bist du das? ich heil grad die Katze wir werden verfolgt wir werden verfolgt so ein Schmiller ich darf nicht mal zuhören aua oh fuck ich bin auf 97 warum wird eigentlich immer nur ich erwischt? weiß ich nicht was ist das? ja keine Ahnung ich sehe den Killer kannst du mich retten? achso das bist du der Campt kann das sein? ja der Campt los rette mich ich schau in die Luft der ist 100 der ist 200 Meter weg das schaffst du oh scheiße renn scheiße wow ich bin in eine Sackgasse gerannt er kann einfach durch die Tür und durch alles klar die scheiße unfair ist das? resum kommst du im drittes mich? ich bin tot ah nö noch lebst du jetzt werde ich gerettet gerade ich kann sich retten gehen entfernt sich grad von mir aber ich bin gleich tot nein doch nein bitte nicht 5 4 3 2 1 ich renne tot nein ich bin gerade angekommen ich hab mal atmen gehört das war ich ich hab die Luft angehalten mach mich in den Himmel ich heil mich gerade hoch ja das war's aber feinte Crystal also jetzt müssen wir die Truhen öffnen alter was ist das für ne komische Sicht wenn die kommt leckt bei mir alles wenn wer kommt? wenn die Sicht kommt woher? ich hab ein kristall gefunden woher? ich hab ein kristall gefunden hört auf dich kurz kurz oh scheiße wie? ich muss mich immer heilen das ist doch unnormal ich bin schon wieder tot ich bin auf kristall warte ich mal die wir machen jetzt das ende so das war's mit einem Prügelung ja das hat euch gefallen also ich hab das most healing gemacht das war's auf jeden fall tschüssikowki marowskis standard bla bla war's